Fifty Languages Fifty-Five Fünfundfünfzig Working Arbeiten What do you do for a living? Was machen Sie beruflich? My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. What would you like to become someday? Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. I am an intern. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. That is my boss. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle. Ich suche eine Stelle. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin against, И jest sicher.